Die deutsche Wegzugsteuer steht vor dem Aus, jedenfalls in ihrer aktuellen Fassung. Du kannst dich vielleicht erinnern, im Jahre 2022 wurde die zinslose Stundung beim Umzug in die EU abgeschafft. Dies hat nun der Bundesfinanzhof wenigstens indirekt als nicht rechtskonform befunden. Und damit wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Befassen wir uns zunächst nochmal ganz kurz damit, was eigentlich die Wegzugsteuer überhaupt ist. Ich möchte hier nicht sehr ins Detail gehen, denn wir haben etliche andere Videos gemacht, wo wir zu diesem Thema sprechen. Schau dir es einfach auf unserem Kanal an oder natürlich auch auf unseren Webseiten. Die Wegzugsteuer ist immer dann zu bezahlen, wenn du Deutschland verlässt und an inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaften zumindestens 1% beteiligt bist und noch ein paar andere Bedingungen erfüllst. So zum Beispiel, dass du in den letzten zwölf Jahren mindestens sieben Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst. Die Wegzugsteuer ist für viele tatsächlich ein Hindernis gewesen, hier Deutschland in den letzten Jahren zu verlassen. Denn sie kann schnell auch bei kleineren Unternehmen horrende Höhen erreichen. Zum Beispiel bei einer GmbH, die nur 100.000 Euro Gewinn im Jahr macht, kannst du schnell mit 400.000 Euro Wegzugsteuer in der Kreide stehen beim Finanzamt. Wer kann das schon bezahlen? Wer will das schon bezahlen? Natürlich, hier gibt es Wege, das Ganze umzugestalten. Man kann das Ganze in eine GmbH-Kostruktur zum Beispiel hineingeben, deine GmbH. Damit ist dann die Wegzugsteuer bei richtiger Gestaltung dann auch kein Thema mehr. Aber es ist doch alles kompliziert und führt natürlich auch dazu, dass diese Gewinne dann weiterhin in Deutschland zu versteuern sind. Viele haben sich dadurch also abschrecken lassen und wollten dann nicht mehr ins Ausland umziehen. Und hieran kannst du im Grunde schon sehen, dass die Wegzugsteuer in ihrer letzten Fassung unspezifisch wegen diesem Wegfall der Stundung nicht mit dem EU-Recht konkurrent war und auch nicht mit dem Geiste der EU kompatibel ist. Denn es ist ja tatsächlich so, dass jemand, der von Frankfurt nach Paris zieht, nun mehr Nachteile hat als jemand, der von Frankfurt nach Hamburg zieht. Ja, jemand, der von Frankfurt nach Hamburg zieht, der muss keine Wegzugsteuer bezahlen. Der muss natürlich Steuern auf die Anteile bezahlen, die er hat, wenn er diese irgendwann veräußert. Aber jemand, der von Frankfurt nach Paris zieht, der muss jetzt sofort hier eine Wegzugsteuer mehr oder weniger entrichten. Bei vorgehaltener Pistole sozusagen, wenn er ins Ausland umziehen will. Und das kann natürlich nicht im Sinne der EU sein. Wir wissen, die Personenfreizügigkeit, die Möglichkeit, sich frei in der EU zu bewegen, dort zu leben, wo man möchte, ist ein sehr hohes Rechtsgut und ist letztlich ein wichtigeres Rechtsgut als viele andere Gesetze auch. Und hier ist es ganz klar, dass die deutsche Wegzugsteuer in ihrer letzten Fassung diesem Gedanken im Grunde genommen nicht entspricht. Ich will also fast sagen, dass viele hier in unserer Branche damit gerechnet haben, dass diese Wegzugsteuer in der aktuellen Version kippt, beziehungsweise dass die Klausel wegfällt, dass es keine zinslose Stundung mehr gibt. Und dass im Grunde genommen diese zinslose Stundung, wie wir sie ja vor 2022 hatten, bei einem Umzug in die EU wieder eingeführt wird. Tatsächlich rechne ich jetzt sehr schnell damit, dass es dazu kommt, auf dem einfachen Erlasswege. Und ich rechne auch damit, dass viele nun natürlich hier klagen werden, wenn das Bundesfinanzministerium jetzt hier nicht sehr schnell reagiert. So viel zum Hintergrund. Um was ging es jetzt bei diesem konkreten Urteil des BfH? Nun, der Bundesfinanzhof hat im sogenannten Wächtler-Verfahren entschieden, dass die Wegzugsbesteuerung bei einem Wegzug in die Schweiz, obwohl im Gesetz so nicht vorgesehen, dauerhaft und zinslos zu Stunden ist und die Stundung allenfalls von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden kann. Die Entscheidung erging zwar zum früheren Recht, also zum Recht, was vor 2022 galt. Sie lässt sich aber auf die ab 01.01.2022 gelten Rechtslage übertragen und gilt erst recht für Wegzüge in einen EU- bzw. EWR-Staat, wobei insoweit auf eine Sicherheitsleistung zu verzichten ist. Hier habe ich zitiert einen Newsartikel der bekannten deutschen Steuerkanzlei Flick-Gocke-Schaumburg, mit denen wir auch immer wieder zusammenarbeiten bei Mandaten und die als eine führenden Experten im Bereich des Außensteuerrechts und der Wegzugsteuer in Deutschland gelten. Du kannst sehen, FGS sagt also ganz klar, dass diese Regelung auch für Wegzüge in der EU gelten müssen. Und zwar, wenn sie für die Schweiz gelten, dann umso mehr eben für Wegzüge in der EU und im EWR-Raum. Dazu gehört Lichtenstein da noch dazu. Die Entscheidung des BFHs in dieser Sache wurde am 11. Januar 2024 veröffentlicht, ist also noch absolut frisch. Und wie immer, wenn es um BFH-Urteile geht, ist es oftmals ein wenig verworren, denn auch hier hat tatsächlich der Herr Wächtler, der hier geklagt hat, zunächst verloren. Seine Klage wurde abgewiesen. Der Bundesfinanzhof hat aber in erstaunlicher Deutlichkeit hier sein Verständnis eines EuGH-Entscheides zur Wegzugsteuer zum Ausdruck gebracht, mit welchen nämlich der EuGH damals die deutsche Wegzugsteuer gekippt hat beziehungsweise verlangt hat, dass hier eine zinslose Stundung der Steuer bei einem Umzug in EU-Staaten mit zu berücksichtigen ist. Ganz wichtig, auch der EuGH hat gesagt, die deutsche Wegzugsteuer ist rechtskonform mit dem EU-Recht im Prinzip, aber eben nur dann, wenn eine solche zinslose Stundung bei einem Umzug innerhalb der EU gewährt wird, sodass derjenige, der ins EU-Ausland umzieht, eben dann seine Steuern bezahlen muss, wenn er zum Beispiel die Gesellschaftsanteile veräußert. In gleicher Weise, wie auch eine in Deutschland umziehende Person dann ihre Steuer bezahlen muss, wenn sie Gesellschaftsanteile veräußert. Also laut EuGH ist auch hier die Wegzugsteuer mit dem EU-Recht kompatibel, aber eben nicht, wenn es keine Stundung gibt. Interessant hier auch, dass sich der BfH in diesem Urteil, was am 11.01.2024 veröffentlicht wurde, sich ausdrücklich gegen anderslautende Verlautbarungen der Finanzverwaltung stellt. Und das gibt es immer wieder. Tatsächlich ist der BfH vielfach in Konkurrenz hier, so scheint es jedenfalls, mit dem Bundesfinanzministerium. Also hier kämpft irgendwo die Legislative mit der Exekutive, hat man manchmal das Gefühl und man weiß am Ende nie so, wer ist der Stärkere. Aber in der Tat, meistens ist es der BfH, dessen Meinung dann natürlich hier vom Bundesfinanzministerium, von den Finanzämtern berücksichtigt werden muss. Was sind nun die Rechtsfolgen dieser Entscheidung? Nun, im Grundsatz haben Entscheidungen des BfH nur unmittelbare rechtliche Bedeutung für den jeweils entschiedenen Einzelfall. Aber natürlich werden regelmäßig die Erkenntnisse des BfH auf parallele Fälle übertragen. Man kann also deswegen wohl folgende Schlüsse ziehen. Und hier spreche ich nun von Wegzügen, die bereits nach dem neuen Recht, also nach dem 31.12.2021 erfolgt sind. Die aktuelle Regelung ist ja so, dass bei dauerhaften Wegzügen unabhängig vom Zielstart nur eine Ratenzahlung über sieben Jahre der Wegzugsteuer hier vereinbart werden kann. Und dann muss auch noch eine Sicherheitsleistung hier hinterlegt werden. Das heißt also, nehmen wir mal an, dass deine Wegzugsteuer 200.000 Euro beträgt, dann musst du hier letztlich als Sicherheitsleistung möglicherweise dein Haus oder einen entsprechenden Geldbetrag beim Finanzamt hinterlegen, damit du überhaupt diese Ratenzahlung hier nutzen kannst. Es ist für mich absolut nicht ersichtlich, warum der EuGH jetzt seine Meinung ändern sollte im Vergleich zu der Entscheidung, die er bereits vor einigen Jahren getroffen hat. Ich sehe auch hier beim BfH diese Tendenz nicht. Der Gesetzgeber ist also daher aufgefordert, die alte Rechtslage wieder zu reaktivieren, nämlich, dass es eine dauerhafte zinslose Stundung für Wegzüge innerhalb der EU bzw. EBR gibt. Eine Sicherheitsleistung darf es dabei tatsächlich nur beim Umzug in die Schweiz geben. Aber wohlgemerkt, auch für einen Umzug in die Schweiz ist die Stundung zu gewähren, denn durch die bilateralen Verträge ist ja die Schweiz in vieler Hinsicht einem EU-Staat gleichgestellt. Wichtiger Punkt. So, nun möchte ich hier wieder Flick, Gocke, Schaumburg zitieren. Was sagt FGS, was sollen Betroffene nun tun? Was rät diese große Steuerkanzlei Betroffenen, die nun in die EU umziehen wollen? Wie sollen sie mit der Wegzugsteuer umgehen? FGS sagt auf der Webseite der Kanzlei in diesem Newsartikel, bis zu einer Gesetzesänderung wird der Steuerpflichtige, sollte die Finanzverwaltung nicht schon im Erlasswege einlenken, wovon ich übrigens ausgehe, seine Rechte gegebenenfalls im Wege der einstweiligen Anordnung kombiniert mit einem Verpflichtungseinspruch bzw. einer Klage durchsetzen müssen. Da kannst du es also sehen. Hier Flick, Gocke, Schaumburg, wichtige Steuerkanzlei rät dir, die Wegzugsteuer nicht zu akzeptieren, wenn du innerhalb der EU umziehst. Hier solltest du alle dir zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nutzen, um hier dagegen vorzugehen. Allerdings, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es relativ bald auf dem Erlasswege sowieso hier zu einer Entscheidung kommt und hier eine Klage gar nicht mehr notwendig sein wird. Zum Schluss möchte ich vielleicht noch hier kurz darauf eingehen, warum das Thema eigentlich auch für dich und viele unserer Mandanten so wichtig ist. Nun, es ist ja ganz klar, dass Mandanten, die jetzt nach Dubai umziehen oder Costa Rica oder ansonsten einen exotischen Ort von dieser Regelung nicht profitieren können. Und du wirst vielleicht sogar sagen, naja, wer würde überhaupt in der EU umziehen? Das bringt ja überhaupt nichts. Wenn man weg sollte, dann sollte man ganz weit weg gehen. Nun, das mag stimmen oder mag nicht stimmen, aber es gibt ja auch in der EU viele Steuergünstige, Länder und Möglichkeiten. Man denke nur zum Beispiel an Malta, Zypern, Spanien, Portugal und wie sie alle heißen. Und es ist im Grunde für viele Mandanten ja ein viel einfacherer Weg, im ersten Schritt mal innerhalb der EU umzuziehen. Und dann kann man sich immer noch überlegen, wie man dann in der Zukunft verfährt. Daher halte ich es für absolut begrüßenswert, dass hier die Wegzugsteuer innerhalb der EU, also bei einem Wegzug in ein EU-Land wegfällt bzw. gestundet wird. Denn das macht es doch für viele Mandanten sehr viel einfacher, Deutschland zu verlassen. Das muss man ganz klar sagen. Und das, seien wir ehrlich, ist ja auch genau der Grund, warum letztlich der Gesetzgeber hier diese Stundung nicht schon von Anfang an mit eingebaut hat. Denn er will verhindern, dass du ins Ausland ziehst, auch ins steuergünstige EU-Ausland. Das müssen wir ganz klar sagen. Insofern ist hier der BfH und natürlich auch der EuGH auf der Seite der Auswanderer. Besitzt du also Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder Ausland, dann kannst du in Zukunft wieder in der EU umziehen und musst hier nicht erst kompliziert diese Gesellschaftsanteile in eine Holding, wie zum Beispiel eine KG-Holding oder so, hineinpacken. Das ist nicht notwendig. Du kannst dann diese Gesellschaften, zum Beispiel deine GmbH, so weiterlaufen lassen. Diese wird auch weiterhin Steuern in Deutschland bezahlen. Ganz wichtig allerdings, du musst beachten, dass es hier zu keiner Betriebsstättenverlagerung ins Ausland kommt. Sonst hast du wieder steuerliche Negativeffekte in Deutschland. Du musst also einen Geschäftsführer letztlich in Deutschland anstellen, der deine GmbH aus Deutschland weiterführt. Du solltest selbst nicht der Geschäftsführer sein. Das würde dazu führen, wahrscheinlich, dass die Betriebsstätten ins Ausland verlagert wird, was auf jeden Fall schlecht ist aus vielerlei Hinsicht. Wenn du Interesse hast, ins Ausland umzuziehen, um dich steuerlich optimal aufzustellen, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link zur Beratung packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, Vermögen neu aufzubauen, bestehendes Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. 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 Kanzlei.